Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Playoway. Wir sind bei Folge 216 und wir haben Pust. Nein, wir haben keine Pust. Ich wollte jetzt eben mal was herstellen, hier von wegen Essen und Trinken und Tränke und Flask und Wasser nicht gesehen. Aber irgendwie habe ich gar keine Materialien mehr. Also muss ich erst farm. Und da ich eben keine Lust hatte zu farmen, lassen wir das jetzt einfach mal suchen. Wir farmen hier ein bisschen. Quest, Hof, whatever, Geld. Kann man immer gebrauchen, alles. So, was müssen wir denn hier machen? Okay, war das das mit der Kanone hier? Mal rein. Mal alles da reinziehen. Hm, das war richtig. Ganz gut aus. Ach, kann man drauf rumkriegen, funktioniert jetzt auch bei einem, ne? Es ist ja so, dass man dann 10 Stück oder so machen muss. Okay, sehr schön. Ne, ist falsch. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das bei denen auch funktioniert. Okay, schön. Okay. Ich hoffe ja, ich habe irgendwie... So, ich habe eine kleine Kindheit. ja cool was haben wir dann noch bekommen stoff okay so kann man dann hin müssen mit den jungen hier die person gefunden haben und da direkt abgeben kriegen wir eine folge quest davon 12 teil books teil book markiere ja ja genau das ist falsch da da sind die aber vielleicht können wir das dann auch machen mit einem dass wir einen öfters markieren und das auf immer zählt oder so mal gucken 12 teil box markiert ist klar das war nicht was er will oder ob sie ein bisschen prozent haben muss das 20 prozent und dann geht es auch mal ja gut markieren die und töten die das ist das ist sinnvoll ich bin so etwas der mann hier aber es geht nicht noch mal schade mal gibt es jeder oder auch nicht doch beim zweiten mal gibt es jeder so jetzt mal unser pad wiederholen verteilen bestimmt so einen fiesen buff hier von wegen blutung stapeln oder so pass mal auf oder auch nicht irgendwie und kürtiges ziel okay man kann es einmal markieren ist ja doof davon kommen zu ledern wie gesagt gibt schlimmeres ich brauche ein e leder, leder ist immer gut aber doch mal und noch mal und gleich noch mal so aber der hat keinen buff oder so dadurch bekommen hätte ich eigentlich gedacht geht der, der geht der nicht der will uns nichts geben soll das behalten soll das halt behalten ich meine damals sind die verschwunden oder so da konnte man die gar nicht ganz umbringen so zum Ende nichts mehr ich probiere es nochmal ach, jetzt hat es funktioniert man darf nur nie aufgeben den müssen wir glaube ich auch irgendwann killen und den kann man nicht sämen, oder? nicht sämenbar schade stimmt auch ein cooles pet gewesen ich weiß noch nicht ob man den später sämen konnte nachdem die das neue Talentsystem eingeführt haben mit den besonderen Tieren das weiß ich nun mal nicht weil den habe ich nie probiert zu zähmen ich habe jetzt die Tage wieder einen Schurken gespielt und jetzt wollte ich die Gifte auf meine Waffe tun aber ich glaube das sieht ziemlich komisch aus wenn ich das auf meine Waffe verschmiere come on eh come on eh noch vier stück dann haben wir die alle markiert und ich glaube dann gibt es wieder ruft beim konsortium meine ich wenn ihm geklickt 34 29 gewollt markiert so ups rot markiert noch einen und dann haben wir da haben wir noch irgendwas ich glaube das gehört an die Diagnose oder so auch erledigt wir nehmen uns den großen damit wenn wir den nicht direkt den mitpullen nehmen wir uns ein weil mehr brauchen wir theoretisch nicht zack markiert schön so müssten wir jetzt theoretisch hin hier erste vermessung ok steigen wir mal auf unser Pony und weiter geht's genau ich glaube die kann man auch sogar ledern wenn wir jetzt im flugpunkt haben könnten wir einfach zwei punkten fliegen vermessen fertig ja wir haben auch keinen flugpunkt haben geht das nicht ok ich glaube der schlägt uns in die richtung wo das ist wo seine kunden schlägt komischen augen irgendwo waren die komischen messpunkte schlägt also wir gehen erstmal vorsichtig durch brauchen wir nicht unbedingt alles mitzunehmen ich weiß dabei blöder typ ich meine hier war damals ein punkt gucken wir mal so kritisch auch irgendwas tellbook markieren bio kuppel tut in der geist nee ich glaube das ist falsch ja 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 heute noch gerade markieren das Schattenpartikel...oh, hier droppen immer gut, Schattenpartikel muss ich sagen oh den muss ich mal nicht töten, oder? Nein, zum Glück nicht das weiß ich nicht, ob ich den allein schaffe der ist 70 Elite die Fähnchen hier triangulation ja, ich glaube schlamm dir so schub, schub, schub schub und jetzt gucken wir weiter, dass wir da mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen bevor wir alles möglich pullen und ich weiß auch nicht, warum ich mich nicht wirklich regeneriert habe ob ich die ganze Zeit im Kampf war, ich habe nicht drauf geachtet oder oder dass ich einfach zu riskant mit meinem Leben umgehängt bin und ihr seht was toll an einem neuen BOW ist oder aktuellen Server äh, aktuellen am Live wie auch immer, ihr wisst was ich meine dass es nicht mehr Friedhöfe gibt dabei, das habe ich ja schon mal erwähnt so, da gehen wir noch hin karte schauen ich habe eben dann Video geguckt über Ticks in WoW unter anderem immer wieder die Karte aufrufen um zu gucken wo man hin muss, obwohl man weiß wo man hin muss ich glaube ich gehöre dazu das ist so ähnlich wie immer hüpfen so dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Let's Play Owe WoW und bis dahin würde ich sagen, lasst euch gut gehen gemäßt noch das schöne Wetter auch wenn es heute etwas regnlicher ist als die letzten Tage und lasst ein Abo da lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat wenn nicht dann nicht und dann damit auf Wiedersehen